Der Sektor ist klar. Wir haben die Energie, die wir haben! Ich bin klar! Alle Wings! Yo Leute, euer SGMS am Start. Heute ein weiteres Video. Also, heute ist Star Wars Battle von 2. Nicht 1 gegen 1, sondern heute werden wir mit meinem Freund Lord Max. Hi. Wir machen uns fertig. Ja eben, war davon angekündigt, wir werden im Team zusammenarbeiten. Und dann natürlich die Bösen, oder eher gedacht die Guten, fertig machen, weil wir Böse sind. Die Logik. Galaktische Republik. Das Galaktische Imperium. Du hörst dich extra wirklich, du hörst dich irgendwie auch nicht, aber du Fittler. Nein, nein. So. Galaktische Imperium. Ich freu dich schon. So. So. Wie ich haben will. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein, ein Like oder eine, ja also ein Like und ein Kommentar mein ich. Ich komm grad nicht drauf. Und natürlich ein Abo da lassen würdet. Und natürlich ein Abo da lassen würdet. Entweder gegeneinander oder miteinander. Könnt ihr auch schreiben. Und wie ihr euch verändert, ob ihr besser findet gegeneinander oder miteinander. Und. Ich bin auf dasieren, oder? Ich bin auf das dach. Ich bin auf das dach. ich bin bei dir ja ich hab dir gesagt du sollst nicht sagen dass du bei mir willst wenn du gar nicht bei mir willst hallo willst du bei mir hast du ja diesmal riefsthört wie habe ich den degradiert erlaut scheiße komm warte mal bleib mal draußen ich guck mal ob ich sicher ist nein ich bleib um ich bleib um über drei gefahren was macht ihr machen maxin komm mit ich habe eine sichere base ich bin drin rein 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 geh weg nein wir dürfen nicht runter gehen geh du an den eingang ich gehe an den anderen eingang nicht auch ich habe diese scheiße alter ich habe diese scheiße alter ich bin die anstehenden die anstehenden maxim komm rein maxim drei engen eingänge du stellst dich stelle ich hier hin und sichere die zwei eingänge ich stelle mich hier hin und sichere von hier auch hier viel zu eng raus ich bin hier gerade auch gerade ich habe den kompakt hat kann ich gerade nicht mit und die gesellschaften ich glaube auf dem komprisierenden weißt du wie viel bei mir denn gerade ja ich seh bin bei dir hab ihn man wirklich bei mir willst du nicht doch bin ich nur auf der anderen Seite so deswegen bin bei dir du bist doch tot ne ich bin ja ich weiß nicht was du bist Maximo, Maximo ich glaube wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken ja der ist auch besser erst mal ein bisschen aufladen bisschen decken ja nice boah was war das denn alter ja 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 also 9900 ja 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 du musst du alleine regeln du bist so tot fast tot ja ja ich kämpfe mit dir alter sagt er kämpfe mit mir ich kämpfe mit dir easy und ich bin fast tot ich bin fast tot ich bin fast tot ich bin fast tot komm hoch komm rein 5 so gut wie tot oder auch nicht Ja wo ist der Spaten denn alterchen? Ich bin wieder mein Vater. Ich komm zu dir. Scheiße alter. Ja scheiße. Ja 900 Leben hat er. Der ist gestorben von seinen eigenen Granaten. Also. Hallo immer aufgewogen alter. Ich bin bei dir. 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 Ich habe dann auch noch keine Wenden. Haben wir gerade mal eine Minute gespielt? Kann das sein? Ja, kann sein. Weil da oben die Zeit abläuft. Kann aber nicht sein, dass wir so wenig gespielt haben. Ich bin oben, Maxim. Ich bin so tot. Gut. Denkst du dich nicht? Nein. Dann komm hoch, deck dich mal, was weiß ich. Du blickst, wer ich nehmen soll. Und mach mal Kyle Ryan. Ich nimm mal, nimm. Nimm Kyle Ryan und weiß jetzt nicht. Ich nimm nachher. Jhm, jemand anderes, den kannst du dafür wieder nehmen. Ja. Ey, guck mal, wie ich bin. Da kann ich das spielen. Wir sind Kyle Ryan. Und, und. Hinter dir geteckt. Alter, wenn ich jetzt da festhänge. So, du Schwarzen hier. Hatt, 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 hatt. Hatt, hatt, hatt. Gerecht den Tinken. Hatt, hatt. Hatt, hatt, hatt. Hatt, hatt, hatt. Hatt, hatt, hatt. Ihr ... Hatt, hatt, hatt. Hatt, hatt. Nein, sie ist am sichersten. Nein. Hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ich bin rum, rum, rum. Alter, wir müssen nicht, so geht das nicht. Boah, immer 1 cm, ne? So. Wohin noch sind die? Wach, wach. Habt ihr schon gedeckt? Hinter dir. Weg, weg. Weg, weg. So, bleibt so stehen. Deck mich, deck mich, deck mich. das ist das ist da 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 nein ich bin tot tot aber wenn ich nicht habe dann werde ich auch weg ich muss halt erstmal zu dir laufen nicht ach schalte alter verabschied ich habe schon mich ist eigentlich nicht 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 aber Hallo, mach doch dein... Achso, der hat den Fall. Alter, der Charakter weißt, wie schlecht der ist, Alter. Mal gucken, wie der ist. Ihr wollt mich auseinander, ey. Okay, Kylo, wenn das gut. Ich bin da. Du machst die andere Seite. Wenn wir zwei auf einen gehen, ist das ein bisschen scheiße, ne? Ja. So. Ach nee, wir haben nicht erst eine Minute gespielt, das ist Pluszeit, die wir gewonnen haben. Zeit Plus. So, wir haben die Themen immer. Ich gehe dann im Untergang, die Siegeln, die Erstaunen. Ich bin doch kein einziges Mal gestorben. Alter. Boah, nee. Der hängt ja übel fest, Alter. Ich bin auch tot. Man, noch sechs Spieler. Da war ja übel am Festhang, Alter. Sechs Spieler. Drei. Fünf. Warte, warte, warte. Zwei. Da hinten war noch einer. Äh, da war noch einer, Alter. Da war wirklich einer. Bei mir oben, da war einer. Da steht noch hinten einer. Da, links. Ja, warum? Ja, warum? Ah. Oh mein Gott, Scheiße. Jo, das war's vom Video. Ähm, Max, kann mir jetzt noch was sagen? Also laut Max. Wir werden nächstes Mal die Grund- und Boden stampfen, diese kleinen Rebellen. Haben wir doch jetzt auch, nur dass du mehr Punkt hast. Nächstes Mal sind wir Jedi, also. Ja, Jedi, normal. Nächstes Mal für die Guten. Nächstes Mal wechseln wir die Seiten, so. Aber ich bin Ray. Das sag ich dir jetzt schon. Ich bin Luke. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Und tschau. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.